In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Z21 Start mit dem WLAN-Paket freischalten. Für den Vorgang benötigen Sie ein Windows-Notebook bzw. einen PC mit WLAN- oder LAN-Schnittstelle. Zu Beginn verbinden Sie sich bitte mit Ihrem Internet und öffnen Sie die Homepage www.z21.eu. Unter der Rubrik Downloads ist die neueste Version der Z21-Maintainment-Software zu finden, die Sie bitte downloaden. Verbinden Sie mit Hilfe des beiliegenden LAN-Kabels die Z21 Start mit einer der gelben Buchsen des Z21 Routers. Schließen Sie jetzt das Netzteil an und schalten Sie den Router ein. Warten Sie, bis der Router bereit ist. Das kann bis zu zwei Minuten dauern. Verbinden Sie dann den Computer mit dem Z21 Router. Das WLAN-Passwort ist auf der Unterseite des Routers zu finden. Klicken Sie nun im Z21-Maintainment-Tool auf Verbinden. Notieren Sie sich die sechsstellige Seriennummer Ihrer Z21 Start. Im nächsten Schritt wird die Verbindung zum Z21-Maintainment-Tool nochmals getrennt. Danach öffnen Sie erneut das WLAN-Fenster und verbinden sich erneut mit Ihrem Internet. Wechseln Sie auf die Homepage www.rocco.cc bzw. www.fleischmann.de und geben Sie im Suchfeld die Artikelnummer 10 814 ein. Blicken Sie auf den vorgeschlagenen Artikel. Scrollen Sie bis ganz unten und tippen Sie auf Freischaltcode. Die Codfelder von der Freischaltanleitung geben Sie in die jeweiligen Felder ein. Ein Tipp. Der Freischaltcode kann auch über ein Zweitgerät wie zum Beispiel Smartphone oder Tablet erstellt werden. Auf diese Weise erspart man sich den sonst notwendigen Netzwerkwechsel zwischen den einzelnen Schritten und man kann mit dem Z21-Router verbunden bleiben. Zum Schluss tippen Sie noch die zuvor notierte sechsstellige Seriennummer ein und fordern den Unlock-Code an. Wir empfehlen Ihnen, diesen wieder zu notieren. Zu guter Letzt wird erneut die Verbindung mit dem Z21-Router hergestellt. Klicken Sie im Z21-Maintainance-Tool auf Verbinden. Dann auf Entsperren und geben Sie im Pop-up-Fenster den zuvor notierten Unlock-Code ein. Bestätigen Sie die Eingabe. Das Gerät ist nun freigeschaltet. Wir wünschen viel Spaß mit der Z21-Start. Wir müssen decide die Z21-Router verbinden. Die Z21-Fl Irenein